Du willst deine Hüfte öffnen? Das klappt nur, wenn du verstehst, wie deine Hüfte funktioniert. Genau das erkläre ich dir in diesem Video und on top zeige ich dir zwei wertvolle Übungen für deine Hüfte. Dein Körper ist um die Hüfte herum aufgebaut und das Hüftgelenk ist ein sehr großes und wichtiges Gelenk. Es besteht zum einen aus deinem Becken und der Hüftpfanne und zum anderen aus dem Oberschenkelkopf, der dann satt in der Hüftpfanne drin sitzen sollte. Das macht das Ganze zu einem Kugelgelenk und dadurch sind sehr viele Bewegungsmöglichkeiten da, wie zum Beispiel Hüftstreckung oder Hüftbeugung, sowie die Adduktion und die Abduktion und sogar Innen- und Außenrotation des Oberschenkelkopfes. Alle Bewegungsrichtungen können wir jetzt in dem kurzen Video hier nicht abdecken, aber dafür gibt es ja unsere Mobility-Programme. Dort kümmern wir uns um jede einzelne Bewegungsrichtung. Falls dich das interessiert, das pinnen wir einfach unten in den Kommentaren an. Wir picken uns jetzt mal die Innen- und Außenrotation raus und da möchte ich dir zeigen, was das ist und wofür du das überhaupt brauchst. Wenn wir uns Innen- und Außenrotation im Hüftgelenk anschauen wollen, dann ist der Oberschenkelkopf entscheidend. Wenn ich jetzt hier stehe, ist die Hüfte gestreckt. Ich kann den Fuß nach außen drehen. Jetzt dreht es meinen Oberschenkelkopf in die Außenrotation. Wenn ich den Fuß eindrehe, habe ich die Innenrotation im Hüftgelenk. Das Ganze funktioniert aber auch in jeder anderen beliebigen Stellung. Meine Hüfte, also in dem Fall ist jetzt die Hüfte gebeugt. Trotzdem kann ich hier noch die Außenrotation machen oder eben die Innenrotation. Ja, und wofür brauche ich das Ganze jetzt? Also, wenn du gehst, ist es ein wichtiger Bestandteil, dass du eine vernünftige Innen- und Außenrotation deiner Hüftgelenke hast. Wenn ich mir jetzt den Schritt oder das Gehen einmal anschaue, ein Teil des Beckens ist weiter hinten, der andere Teil ein bisschen weiter vorne. Das bedeutet, dass mein hinteres Bein ein bisschen mehr in der Innenrotation im Hüftgelenk ist und mein vorderes Bein ein bisschen mehr in der Außenrotation. Und das wechselt sich dann beim Gehen auch noch ständig ab. Okay, beim Gehen brauchst du jetzt noch nicht so viel Innen- und Außenrotation in der Hüfte. Aber trotzdem, wenn dort die Beweglichkeit eingeschränkt ist, dann verändert es auf jeden Fall auch das Gangmuster und das Laufmuster. Und es fliegt einem eher ein bisschen später erst um die Ohren, weil das mehr Belastung für zum Beispiel den Rücken oder das Knie bedeutet. So richtig auffällig ist es aber dann wirklich im Training, zum Beispiel bei der Kniebeuge oder dem Ausfallschritt ist einfach auch wichtig, dass da eine gute Hüftmobilität da ist, auch mit Innen- und Außenrotation. Ja, und wenn du halt dann einseitig trainierst, dann wird die Hüfte eben noch steifer. Und Sitzen hilft dabei natürlich auch nicht, das macht die Hüfte auch steifer. Deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach gucken, dass da eine vernünftige Beweglichkeit da ist. Und zwei Übungen dafür zeige ich dir jetzt. Okay, Übung Nummer eins ist der Halfrock, also der halbe Frosch. Das kann man später auch noch mit ein bisschen Gewicht beladen. Ansonsten kannst du mit deinem eigenen Körpergewicht starten. Bitte leg dir was Weiches unter die Knie. Deine Knie werden es dir danken. Ob das eine Matte ist oder du ein Handtuch zusammenrollst, völlig egal. Ansonsten kannst du in die Übung rein. Aus dem Fersensitz heraus drehst du erstmal die Knie so weit du kannst nach außen. Ich stelle jetzt mein rechtes Bein auf, will das Knie hier komplett strecken und starte in der Hüftstreckung. Also ich bin hier oben. Und aus der Position versuche ich mich jetzt mit dem Oberkörper nach vorne zu lehnen und gleichzeitig mit dem Po nach hinten auf die Ferse zu kommen. Jetzt kümmere ich mich zum einen mal darum, dass wir die Hüfte hier vernünftig aufmachen. Zum anderen sorge ich aber auch dafür, dass der Oberschenkelkopf vernünftig in der Pfanne mit rotiert. Am besten machst du mit der Einatmung den Po fest, die Hüfte vor, lass den Rücken gerade und mit der Ausatmung lehnst du dich nach vorne und bringst den Po nach hinten auf die Ferse. Und das kannst du, wenn es gut läuft, natürlich auch noch ein bisschen Gewicht beladen. Dann hast du einfach noch ein schöneres Ergebnis. Davon auf jeden Fall 10 bis 15 Wiederholungen. Und wichtig ist natürlich, dass du es auf der anderen Seite genauso machst. Okay, Übung Nummer 2 ist ein bisschen anspruchsvoller. Da kümmern wir uns jetzt um die Außenrotation und wollen die Hüfte ein bisschen auf der Außenseite öffnen. Das Ganze nennt sich die Taube. Aus dem Yoga ist das geklaut. Die machen wohl doch ganz vernünftige Sachen. Wir stellen jetzt einfach mal in meinem Fall das linke Bein auf. Ich will die Hüfte bearbeiten und drehe auch hier das Knie ein bisschen nach außen und hole den Fuß nach innen. Und jetzt kann ich mein hinteres Bein einmal darüber schlagen und mich hier nach hinten ablassen. Und dadurch sollte ein Stretch hier in der Hüfte kommen. Wenn ich den Kniewinkel hier vergrößere, dann ist es sogar noch ein bisschen intensiver. Aber das entscheidet immer das Knie, ob du das machen kannst. An Anfang Kniewinkel klein lassen. Dann ist es leichter. Ein bisschen aufmacht, wird es schwerer. Wichtig ist nur für dich, dass du nicht zur Seite umkippst. Und wenn du jetzt hier in Position bist, stützt du dich mit den Fingerspitzen. Du kannst den hinteren Fuß sogar aufstellen. Und willst dann aus der bisschen Hüftstreckung dich hier nach hinten ablassen. Jetzt sollte der Stretch kommen. Und ich gehe wieder raus aus der Position. Und auch hiervon mache ich so 10 bis 15 Wiederholungen. Das heißt, ich will hier nicht nur Stretch wie ein Verrückter, sondern ich will auch meinem Körper zeigen, hey, ich komme hier aus der Position raus. Ja, und dann ist am besten, wenn du beide Übungen im Wechsel machst und davon drei Durchgänge, dass du auch ein richtig schönes Ergebnis bekommst. Wenn du von uns noch mehr Übungen haben willst und auch einen genauen Plan, wie man jetzt die Beweglichkeit in der Hüfte verbessern kann, dann schau dir doch mal unsere Trainingsprogramme an. Wir haben Mobility-Programme für Anfänger, als auch das Modul für Fortgeschrittene, das Modul Hüfte. Da steigen wir dann richtig tief in die Innen- und Außenrotation und die Streckung und Beugung der Hüfte ein. Lass mir doch einen Kommentar da, ob dir diese zwei Übungen weiterhelfen und ob du schon wusstest, was es mit der Hüfte denn so auf sich hat. Ansonsten lass einen Daumen nach oben da. Ich bin wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.